Hey Pyrus, seid recht herzlich gegrüßt zu diesem neuen Video. Heute mache ich mal ein bisschen was anderes und zwar filme ich das hier gerade mit meiner GoPro Hero5 und ich hoffe euch fällt direkt auf, dass natürlich der Sound besser ist oder zumindest besser sein sollte. Hintergrund dessen ist einfach, dass ich mir ein bisschen was zugelegt habe und zwar habe ich mir einen Adapter sowie ein neues Gehäuse und ein externes Mikro für die GoPro zugelegt. Das Ganze einfach in erster Linie, weil ich die GoPro gerne als Vlogcam nutzen würde und ja, der eingebaute Sound bzw. das eingebaute Mikro von der GoPro ist halt einfach schrecklich, aber dafür ist sie grundsätzlich auch nicht ausgelegt. Nichtsdestotrotz, ich habe tatsächlich mein erstes YouTube Money in diese Sache investiert bzw. einfach das bisschen was es da gab und das ist dabei rausgekommen. Ich hoffe natürlich, es hört sich einigermaßen gut an und es eignet sich auch dafür für den Zweck. Ich habe ein recht kleines Mikrofon jetzt hier dran und zwar ist das ein Ceremonic Mikrofon. Ich habe mich da im Internet ein bisschen belesen. Ich könnte natürlich auch mein Rode Mikrofon da dran schmeißen, aber das würde wieder extrem klobig aussehen und ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck einfach der Sache, die ich mir gewünscht habe. Ja, wen es interessiert, ich kann das Ganze dann gerne mal zeigen, wie das jetzt ausschaut bzw. kann euch auch einfach mal ein Video in der Beschreibung verlinken, wo quasi genau dasselbe Setup genutzt wird, woher auch die Grundidee kam. Etwas anderes, was ich euch jetzt mitteilen möchte, ist nämlich, dass ich eine Action Cam verlose. Ich hatte bei Instagram schon angefragt, wie schaut es aus Leute? Habt ihr Interesse daran, soll ich ein Gewinnspiel machen? Und da ich sie einfach nicht nutze, da ich eine GoPro habe, werde ich euch diese nette Action Cam inklusive Gehäuse, Ladegerät, Akku, was dazugehört natürlich verlosen und was ihr dafür tun müsst, das verrate ich euch gleich. Ich möchte euch natürlich mal demonstrieren, dass das Teil auch funktioniert, also wie man sehen kann, die leuchtet auch, die ist auch an, jetzt seht ihr meinen Finger. Ja, man sieht, hier steht keine Karte, ich habe einfach keine SD-Karte drin, weil SD-Karten bei mir ein bisschen Mangelware sind bzw. sind die halt in meinem Camcorder und in meiner GoPro, aber das Teil funktioniert. Das Ganze kann in Full HD 1080p mit 30fps aufnehmen. Das ist natürlich jetzt keine GoPro-Qualität, das sage ich euch von vornherein, aber das Ding ist okay, das ist in Ordnung und ich sage mal, wer eine Action Cam braucht oder gerne mal eine hätte, der soll die doch nutzen. Nee, sorry, das war wahrscheinlich ein bisschen creepy, aber ja, ich will es auch gar nicht weiter aufwendig machen, deswegen sage ich, die Kamera, wie gesagt, gibt es mit Zubehör, mit hier Unterwasser-Kit, dass es wasserdicht ist und all dem Spaß. Ich verlose das. Schreibt mir einfach was Nettes in die Kommentare, schreibt, ihr wollt gewinnen. Schreibt mir gerne auch natürlich, was ihr an meinem Kanal mögt oder sonst was, was ich vielleicht besser machen kann. Ich bin da immer offen für Kritik und das ganze Gewinnspiel läuft bis zum Sonntag, den 17. Dezember, also den 3. Advent, bis abends 18 Uhr wird das Ganze laufen und danach gebe ich den Gewinner bekannt und lasse den Gewinn unverzüglich zukommen. Das soll es auch dann schon gewesen sein. Ich würde es gar nicht weiter ausführlich machen. Wie gesagt, das ist einfach mal ein kleines Special, mal ein kleines Dankeschön auch an euch als Community. Ihr gebt mir auch immer ganz tolles Feedback auf meine Videos, wo ich mich sehr freue und vor allem ist es mal ein Test für die GoPro mit dem Mikrofon. Wie ist denn die Soundqualität? Wie findet ihr das Ganze? Ich hoffe natürlich, dass es auch so den Nutzen hat, wie ich es mir vorgestellt und gewünscht habe. Gebt mir dazu bitte auch mal ein Feedback und ich wünsche euch alles Gute, eine schöne Weihnachtszeit, bis bald. Haut rein, ciao, ciao.